Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Regel Nummer 1 geht nicht allein in den Dschungel, Regel Nummer 2 geht nicht allein in den Dschungel, Regel Nummer 3 geht niemals allein in den Dschungel. Es gibt noch andere, es gibt Schuhe ausklopfen bevor ihr sie anzieht, nicht barfuß in den Dschungel, nicht allein in den Fluss, da gab es Krokodile. Nichts essen, was nicht vorher gezeigt wurde, nichts trinken, was nicht abgekocht ist und so weiter. Papa, kannst du nicht ein bisschen schneller fahren? Der Dschungel läuft ja nicht weg. Aber ich war vier Wochen nicht hier. Ich hab mir ja pur an die Minuten gezählt. Bitte, Papa! 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 Ja, Boko. Wo ist Auri? Das Beste, was sie mir geben konnte, war, dass ich sie kennenlernen durfte, weil einfach ihre Art und ihre Geschichten, die sie mir erzählt hat, vom Dschungel und wie ich gemerkt habe, wie sehr sie das liebt und wie sehr das einfach ihr Leben war und wie sehr ihr Herz da dabei ist, das hat mir eigentlich am meisten geholfen, das auch zu verstehen. Und dann hat sie mir noch Fotos gezeigt, ganz viele und Pfeil und Bogen hat sie mir gezeigt und sie hat mir gezeigt, wie man das macht, wie man damit umgeht. Und ja, einfach zu spüren, was sie für eine tiefe Verbundenheit mit dem Dschungel hat, war eigentlich die größte Hilfe. Wir werden hier schreiben. Ich will einfach alles vergessen, Papa. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Musik Wie? Da sollen wir alle leben? Du willst also im Dschungel bleiben, wenn du erwachsen bist, ja? Ich könnte ewig hierbleiben. Sie bereiten den nächsten Kriegshut vor, Stimmts? Hier sind wir sicher. Oh, sauervolle, Herr Schiff! Wenn er stirbt, müssen andere dafür büßen, ja? Wir können ihn nicht von heute auf morgen beibringen, zu vergeben! Du hast uns mit in einen Bürgerkrieg verbrachte! Vielleicht solltest du mir erst mal Vergebung beibringen! Ah! Papa! Müssen wir das vor den Kindern abhandeln? Hier wird doch alles vor den Kindern abgehandelt, das ganze Leben hier. Es gibt für ihn keine Liebe, es geht ums Überleben. Tag, Tag, Tag. Untertitelung des ZDF, 2020